Ja, ist denn schon Weihnachten? Ich glaube schon. Zwei Monate. Wir schauen den 25. Oktober. Zeit rast. Und ich habe was mitgebracht. Geschenk. Mich. Ihr könnt es euch gönnen zu Weihnachten. Das neue Fogblender. Bei uns gibt es auch mal was für das. Das schöne kleine Fogblender Nocturne 5010 oder 1050, wie immer man das drehen will. Jedem, wie es ihm gefällt. Ein mechanisch beglückendes Objektiv. Es ist ja so, ach, Leica-fühlig. Und, oh, eine Blendenraste. Klackidi-Klackidi-Klack. Liebensgewürzig und fein. Schönes Teil. Macht Spaß. Ich werde es die nächsten Tage noch intensiv testen und posten. Drum, denkt dran, bald ist Weihnachten. Gönnt euch was. Wenn, 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 wenn. opinions.